So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Metal Arms Glitch in the System. Ja, nachdem wir diesen, ähm, ja, gut versteckten Geheimnisship gefunden haben, würde ich mal sagen, mach mir weiter und wollen nicht lang rum schnattern. Sauber machen, ja. Ja, wisst ihr Bescheid, also nicht nur bei Lüegis Menschen musste ich schon des öfteren Staubsaugen mit dem guten PK, sondern auch hier müssen wir einiges wegblasen. Ja, wisst ihr Bescheid. Und jetzt, zerstör diese Mails, bevor sie aus Droidenheim rauskommen und verrücken, wo es liegt. Und dass mir keine unschuldigen Ruiden zu Schaden kommen. Wenn deine Mission beendet ist, schleppst du deinen Blechkadaver wieder zur Kommandocentrale. So, ihr habt's ja gehört, wir müssen darauf achten, dass nix passiert. Aber ich geh jetzt trotzdem mal kurz hier hin. Ja, ich glaub nicht. Ich glaub, die Tür kann man auch gar nicht öffnen. Ja, okay. Es gibt einiges zu verkünden, Leute. Aber Eile mit Weile oder beziehungsweise immer mit der Ruhe. Das werde ich jetzt auf den Parten ein bisschen hinausziehen. Ihr habt ja gemerkt, es hat etwas länger gedauert, bis die nächsten Parts kamen und so weiter und so fort. Einerseits lag's daran, an der Entzündung im Mund. Das heißt, da hab ich schon absolut gar keinen Bock, großartig aufzunehmen. Ihr kennt das vielleicht. Ab und zu hat man sowas. Und, ähm, ja, das ist dann halt blöd. Und auf der Arbeit muss ich auch jede Menge quatschen. Und, äh, dann ist man mal froh, wenn man zu Hause nicht quatschen muss. Beziehungsweise, dass man das auch noch aufnehmen muss. Alter, hier geht ja die richtige Party ab, Leute. Muss man ja richtig aufpassen hier. Ähm, ja, ich muss darauf achten, dass unsere Kollegen hier nicht irgendwie sterben. Beziehungsweise, dass ich nicht sterbe. Ähm, ja. Im Übrigen wollte ich noch mal kurz erwähnen. Ähm, was hat es eigentlich mit den Tempo-Chips auf sich? Der echte Klaus-LP müsste es doch wissen. Ähm, du könntest es mir ja mal gerne in die Kommis schreiben, was es mit den Tempo-Chips noch mal auf sich hat. Ich geh mal einfach davon aus, dass es, ähm, ja, wie nennt man das? Dass es, äh, quasi dann ein paar mehr Chips zu Beginn, ähm, eines Levels gibt. Glaube ich einfach mal daran. Also, oder man kann damit irgendwas anderes freischalten. Ich hab gesehen, dass es, äh, so den Original-Konzept, äh, Film irgendwie gibt. Ich weiß gar nicht, ob man den sich angucken konnte, wenn man das Spiel durch hatte oder erst später. Naja, also, sollte es später erst sein, dann bitte nicht spoilern, dann lass es einfach und später werde ich es dann selber sehen. Oder beziehungsweise die anderen werden es auch später sehen. Und, äh, ja, was hab ich denn noch so zu verkünden? Hier ist gerade jede Menge Action, das heißt, ich kann relativ viel reden oder auch nicht. Ich, äh, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier alle töte. Beziehungsweise, ähm, der gute Missourer Jumper war nicht allzu, äh, faul. Ich hab, äh, wann war das? Gestern oder so. Hab ich mal ganz kurz, weil ich hab jetzt extra, ähm, das Original-Lösungsbuch von Resident Evil 2 geholt. Und, ähm, ich wollte das schon immer mal haben. Weil ich war mir immer so unsicher, wie man, äh, diesen Hauptcharakter, ähm, ja, was heißt Hauptcharakter? Da, Nebencharakter eher gesagt, freischaltet. Und zwar, den guten Hunk, einige werden ihn kennen, andere weniger. Äh, den lernt man auch so kennen in, äh, Umbrella, äh, Operation, Raccoon City genau. Alter, hier geht der richtige Action ab. Ich sollte mal ein paar andere Waffen benutzen, anstatt immer hier diese Standardwaffe. Nimmt viel zu viel Schaden. Ich bin ein bisschen zu gechillt jetzt gerade drauf. Ne, aber auf jeden Fall, diesen Charakter kann man freischalten. Und damit kann man dann auch nochmal quasi das Geschehen durchspielen. Und das möchte ich zusammen mit euch machen. Allerdings möchte ich dieses Freischalten nicht in einem Let's Play machen. Das heißt, äh, ich kann euch sagen, wie man ihn freischaltet. Das wird alles noch, äh, ja, gezeigt, beziehungsweise gesagt. Also, das heißt, ich hab wieder Bock auf Resi 2 bekommen. Und ich hab meinen eigenen, äh, Rekord geschlagen. Ich hab den auch bei Instagram hochgeladen. Also, ich hab ein Foto davon gemacht. Ähm, eine Stunde und 32 Minuten oder so, um, äh, durchzuspielen. Alter, wie rasten die denn aus? Warte mal, hier. Zum Entladen. Was war das nochmal? Kriegt man dann Munition von denen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen gucken. Weil, hier gibt's nämlich noch ein Geheimnisschip und ein paar Items. Vor allem, ihr seht ja, ähm, unser Körperbau, beziehungsweise unser Anzug oder unser Roboter ist jetzt fast, äh, dem Ende nahe. Ähm, ja, was wollte ich noch gesagt haben? Ja, dass ich, äh, wie soll ich sagen? Resident Evil 2 muss ich jetzt noch, ähm, im Szenario 2 durchspielen, auf Rang A, damit ich Hank freischalte. Und dann kann ich das erst machen. Und danach kann ich dann auch mit dem Tofu-Mann, wenn ich mit Hank, äh, durchgespielt hab, das werde ich natürlich dann auch LP'n und zeigen. Das ist kein Problem. Vor allem, das hat auch kaum jemand, glaub ich, auf YouTube gemacht, soweit ich weiß. Und das ist eines der Gründe, warum ich das machen möchte. Und außerdem, weil es einfach zur Vervollständigung gilt. Und ich nicht gedacht hätte, dass ich das irgendwo herausfinde. Naja. So. Ich, ja, du kommst mit, das ist schön. Ähm, ich überleg jetzt gerade, wo war jetzt nochmal diese eine Stelle, damit ich da hochkomme? Hier gab's nochmal eine bestimmte Stelle, da kommt man hoch und da gab's den ersten Geheimnisship. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich, ah, genau hier. So. Das ist sehr wichtig, ihr habt's gesehen, äh, wo man den bekommt. Ich muss selber erstmal gucken. Konnte man hier unten irgendwo noch hin? Ähm, nee, nicht großartig. Ich weiß gar nicht, konnte man da drauf? Ja, man muss immer ein bisschen experimentieren. Ja, scheiß drauf. Ich glaub, dort gibt es nix. Wir wollen den Part jetzt auch nicht allzu sehr verschwenden. Beziehungsweise, der gute Missaura-Jumper, ähm, weil ich ja so ein bisschen, ähm, momentan außer Gefecht gesetzt war, weil ich auch so eine, äh, kleine Entzündung im Mund hatte. Und ihr kennt das vielleicht, ähm, egal ob ihr dann irgendwie was, äh, gewisses gegessen habt oder sonstiges. Dann brennt das wie Sau und ihr denkt euch, alter Schwede, ist das, ist das euer Ernst? Damit ist jetzt nicht das Zahnfleisch gemeint. Ihr, äh, kennt das vielleicht, ähm, das ist gegenüber vom Zahnfleisch. Ah, wie so, wie nennt man das noch? Ah, ich weiß jetzt gerade nicht. Naja, ist ja auch egal. Ab und zu hat man das mal und, ähm, ja, das hat mich übelst abgefuckt. Beziehungsweise, wenn ich dann auf der Arbeit war und da muss ich ja auch sehr viel reden, ähm, hat mich das sehr, sehr, sehr behindert. Sagen wir das mal so. Oh mein Gott, er hat das gesagt, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, war das sehr störend und darum hatte ich auch zum größten Teil nicht unbedingt Lust aufzunehmen. Das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Beziehungsweise, ich hab ja auch nach diesem Geheimnisschip gesucht und alles auf einmal, das hat alles nicht geklappt. Da wollte ich euch auch keine scheiß Parts liefern. Und deswegen hat's was gedauert. Deswegen entschuldige ich mich ganz herzlich bei euch. Ähm, ich muss jetzt erstmal gucken. Ihr hört es doch auch, oder? Hier gibt's irgendwo unsere Homies. Ähm, können wir hiermit irgendwie hoch? Aha. Ah, jetzt bekommen wir eine neue Bombe, eine neue Granate. Mal gucken. Was steht denn da? Der Cleaner visiert bis zu drei Feinde gleichzeitig an und verschießt auf Befehl mächtige Lenkraketen. Das ist richtig cool, das werde ich aber später benutzen für gewisse Gegner. Sobald ich weiß, gab es hier sonst nix. Wobei. Moment mal. Ich hab so ein Gefühl, man konnte das wegsprengen oder so. Ne, doch nicht. Ich hör die ganze Zeit diese eine Mucke, Leute. Das muss doch irgendwas bedeuten, oder? Aber wo, wo sind die? Da war auf jeden Fall, glaube ich, da, da kam man irgendwie hin. Kann auch sein, dass die unten waren. Ja, ihr merkt, hier ist wieder so eine riesen Fläche. Im Übrigen, hier das, was ihr jetzt gerade seht, das gibt es auch als Map im Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ob man die schon direkt am Anfang hatte. Aber die gibt es auf jeden Fall. Damit ihr Bescheid wisst. Aber ich glaub doch, die sind hier unten. Ja, die Musik wird lauter. Das heißt, wir müssen hier runter. Und ihr seht, jetzt haben wir auch mal einen Timer. Das heißt, wir müssen ganz schnell weg. Sonst macht es Kaboom und das ist nicht so schön. Los, Freunde. Kommt da lieber weg. Ja, ich weiß, die Explosion war jetzt nicht mega brutal. Also man stellt sich da wirklich Krasseres drunter vor. So, mal gucken. Was habt ihr denn Feindes für mich? Oh mein Gott. Ich könnte Munition holen. Ich könnte aber auch ein bisschen mehr Energie holen. Ich würde sagen, ich hole mir erstmal ein bisschen Energie. Das müsste reichen. Und jetzt gucken wir mal. Ja, das ist viel zu teuer. Später gibt es das günstiger, Leute. Also wir müssen nur ein bisschen warten und vergleichen. Ja, wir können uns jetzt den Raketenwerfer holen, Leute. Korrekt, oder? Also der Raketenwerfer ist richtig, richtig nice. Ja, PK, nice. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal ein bisschen Munition davon. Das ist immer sehr gut. Waren das 50 Schuss? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube schon. So, der Raketenwerfer. Trotz einiger Einschränkungen ist der Standard-Raketenwerfer ideal zum Zerstören kleiner Mill-Gruppen. Ja, später sieht der viel cooler aus. Also die verändern sich auch, je nachdem die Waffen. Wie gesagt, das werdet ihr alle später noch kennenlernen und sehen. Wir sind ziemlich noch am Anfang und es gibt noch einige Missionen. Also es wird noch einiges davon zukommen und auch noch richtig geiler Scheiß und... Ah, noch richtig geile Missionen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und, äh... Ja, ihr merkt schon, hier sind schon die ersten nervigen Gegner, die richtig nervigen Gegner. Boah, krasser Scheiß. Komm, komm, komm. Habe ich ihn getroffen? Ich hoffe, ich treffe meine Kollegen nicht. Das ist nämlich ein bisschen fies. Weil ihr habt ja gesehen, ich bin fast gestorben. Moment. Wir haben ja noch ein bisschen, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen Geld. Ein paar, äh, Unterlagen oder Unterlegscheiben. Ja, mein Lieblingsmerkmann. Unterlagen klingt sich, äh, klingt irgendwie so falsch. So. Wir haben ziemlich auf die Fresse bekommen. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant. Können wir das nochmal kaufen? Ja, können wir nochmal kaufen. So, das müsste jetzt erstmal reichen. Das war jetzt gerade nicht so das Wahre. Also, das gäbe vom Ei. Ich hätte direkt mal ein paar andere Waffen nehmen sollen. Aber ich bin der Meinung, dass jetzt, weil jetzt gleich stärkere Gegner kommen, dass ich dann lieber was anderes benutzen sollte. So, genau. Zum Beispiel das hier. Wenn wir uns das direkt gegriffen hätten, dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, besser, äh, zu interagieren. So. Unser Kollege hier, der hatte keine Chance. Wir haben ihn gegriffen. Ähm, da oben gab es noch einen. Habt ihr den gesehen? Der ist da hochgesprungen. Da müssen wir mal gucken. Soweit ich weiß, konnte man das den... Ach so. Ins Fahrzeug. Ich wollte schon sagen. Hä? So. Da oben sind noch ein paar Gegner. Der ist gestorben. Okay, korrekt. Ah ja, stimmt. Da vorne. Ah, Moment. Moment. Bevor wir da hingehen. Ja, du kommst mit? Okay, dann komm mit. Ähm, da gibt es nämlich noch ein Schutzschild. Das habt ihr vielleicht gerade eben gesehen. Das holen wir uns auch gleich. Oh, Leute. Hätte ich das mal nicht gekauft. Ey, ist das... Ah, das war jetzt... Okay, das wusste ich nicht mehr. Das ist jetzt, äh, blöd gelaufen. Okay. Naja. Na, dann wisst ihr Bescheid wenigstens. Solltet ihr das Spiel spielen. Wenn überhaupt. So, ich hab jetzt ein bisschen gebremst. Das war zwar nicht viel, aber immerhin. So, hier gibt es auch noch mal Energie. Und, ja, ich glaub da vorne gab es auch noch ein paar Sachen. Die holen wir uns aber gleich. Ich würd sagen, wir sollten das ausnutzen, solange wir das Energiefeld haben. Wo haben wir denn die meisten Gegner hier? Sobald ich weiß, kann man hier den Boden zerstören. Glaub ich zumindest. Oder auch nicht. Vielleicht war das auch einfach nur... Ja. Vielleicht war das einfach nur in der falschen Erinnerung. Ja, komm her. Boah, lass meine Kollegen, Alter. Ihr seid so brutal. Ich glaub, ein Kollege von uns muss mindestens überleben. Weil ohne die können wir, glaub ich, nicht weitergehen. So, komm her. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Geheimnisschips jetzt in dieser Mission verfügbar waren. Oder verfügbar sind. So, alle mal schön zerstören. Ah, komm schon. Das Blöde ist, wenn sie dann auch mal wirklich Granaten werfen oder so. Dann fliegen wir ziemlich hoch, um dann zu treffen. Ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. War da noch einer? Hab ich den jetzt übersehen? Tatsächlich. Voll die Ratte. Ich muss weiter. Ja, das ist mir bewusst. Ja, ist ja gut. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Immer mit der Ruhe, Chef. Oh mein Gott. Mein Chef. So. Okay. Wir hatten da oben irgendetwas gesehen, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Das heißt, da vorne gibt's nochmal die Möglichkeit, da hinzukommen. Genau. So. Genau. Wir sind hier ganz oben. Da. Seht ihr? Da ist nämlich der dritte Geheimnis-Chip. Und der andere, den haben wir jetzt eben schon gesehen. Also, der ist wirklich nicht krass versteckt. Ich glaub, das waren dann auch alle in dem Level. Alter, ist das... Ist das dein Ernst? Fall ich einfach runter. Oh, geil. Verdammt. Stimmt. Oh. Man kann ja immer nur zwei davon tragen. Ich weiß gar nicht, ob es dann später nochmal so irgendwie so ein Update oder... Ja, wie auch immer gab. Upgrade. Update. Ja, wie auch immer. Ähm. Dass man dann quasi mehr davon tragen konnte. Ich glaube nicht. Das hier sieht aus wie irgendwie aus Krieg der Sterne oder so. Ich weiß auch nicht. Gucken wir mal. Genau. Hier oben gibt's nämlich noch. Ich weiß gar nicht. War das der Weg, wo es weitergeht? Ja. Leute, da müssen wir noch nicht hin. Da gehen wir gleich hin. Definitiv. Ähm. Habe ich jetzt wirklich irgendwas übersehen? Moment. Nein. Das war blöd. Alter. Junge. Da steht der mir im Weg. Kollege. Ich glaube, wir werden bestimmt den ganzen Part hier missbrauchen. Also die ganze Partlänge. Okay. Die bewegen sich nur. Ich habe doch irgendwo noch eben was gesehen. Ich bin doch nicht blöd, oder? Ja, Leute. Ihr könnt euch das sparen. Ähm. Nee. Okay, hier gibt's nix. Na gut. Gehen wir weiter. Beziehungsweise holen wir uns den einen Geheimnisschip. Da, das bewegt sich. Ah. Leute. Das war knapp. Wenn man da drin nämlich landet, dann ist man glaube ich instant tot. Ja. Dann sind wir direkt tot. Das sollte man lieber nicht riskieren. Hier müssen wir nochmal rein. Nämlich da oben gibt es den Geheimnisschip. Ich glaube, das müsste wirklich der letzte gewesen sein. Oh. Hier gibt's auch nochmal jede Menge Energie. Die hätten wir uns natürlich alles holen können. Und wir hätten dann Geld sparen können. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Oh. Mir fällt auf, dass wieder das Licht fällt. Ach. Fehlt. Fehlt. Ja. Ähm. Wie kam man da nochmal hoch? Ich sag's euch, Leute. Das ist eine ekelhafte Stelle. Oh man. Leute. Ja. Man muss auch ein bisschen, ähm. Ein bisschen Skill beweisen. In Jump'n'Run Einlagen. Und ich sag's euch. Das ist nicht die einzige Stelle, die so abfuckmäßig ist. Ja. Komm. 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 Ja. Korrekt. So. Jetzt haben wir auch diesen hier. Ähm. Amsonsten glaube ich gab es hier nix. Das konnte man nicht öffnen und so weiter und so fort. Dann würde ich mal sagen. Gehen wir weiter, oder? Da oben war glaube ich auch noch eine Batterie, sobald ich mich nicht irre. Das heißt, wir haben drei Energieeinheiten und können ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. So. Damit müssen wir jetzt hoch. Leider kann ich, äh, dieses Gefahrzeug oder das Gefährt da leider nicht mitnehmen. Gefahrzeug klingt irgendwie auch wieder so falsch. Leute. Ich hab wieder irgendwelche Wörter, die ich erfinde. Die sind, äh, nicht mehr feierlich. Ähm. Jetzt lass mich mal überlegen. Wo geht's denn jetzt nochmal weiter hoch? Sobald ich weiß, musste man hier... Nee. Das nicht. Äh. Da waren wir eben. Ich mein hier und dann gab es da nochmal eine Sprungplatte, damit wir hochkamen. Ja. Sprungplatte, damit wir hochkamen. Wo bist du? Ah, da. So. Okay. Jetzt kommt ein, äh, neuer Gegner. Der ist im Nahkampf sehr, sehr krass. Vom Weiten relativ, aber, ähm, ich sag's euch. Er kann einiges einstecken. Äh. Und, äh, austeilen. So. Dafür würde ich sagen, nehmen wir erstmal ein paar andere Sachen. Jetzt guck ich erstmal. Ich werfe erstmal ein paar normale Granaten. Ich hoffe, ich treffe meine Kollegen nicht. Das wäre nämlich jetzt gerade ein bisschen, äh, nicht so schön. So, Leute. Wir können bis zu drei anvisieren. Und weg damit. Jetzt seht ihr das mal. Also, ich find das ziemlich nice. Wow. Es wär ja schon cool, wenn ich die mal treffen würde. Das Blöde ist, beim, äh, Raketenwerfer, bei dem normalen, also den ich jetzt habe. Ihr habt ja jetzt gerade gesehen, ähm, dieses Nachladen ist manchmal... Oh, oh, oh. Da war eine Granate irgendwo. Holy shit, Alter. Ich bin davon richtig getroffen worden. Ah, das war jetzt total Verschwendung, was ich jetzt gerade gemacht habe. Nein, verdammt. Naja, wir hatten ja jetzt einen Kontrollpunkt. Gott sei Dank. Oh, da hab ich mich richtig blöd angestellt. Man merkt, ich bin ziemlich außer Übung. Beziehungsweise, ich hab auch ein bisschen Pech. Weil, wenn ich direkt das hier haben würde... Leu, warum ist das denn direkt explodiert? Und meine Kollegen sind dabei draufgegangen. Das, das stört mich jetzt irgendwie. Alter, ich treff den nicht. Boah, der regt mich so auf. Junge. Wenn wir das gefährdet hätten, ne, dann wären wir schon ein Stückchen weiter. Boah, endlich. So, jetzt schnell. Nix wie rauf da oder rein da. So, jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr. Weil das ist immer ein bisschen asozial, wenn die einen Gefährt haben und wir nicht. Also, ihr seht es ja auch, weil wir können die Gegner rucki zucki besiegen. Und wir haben, äh, mehr Verteidigung. So, weg mit euch. Das Problem wird gleich sein, äh, bei den einen Gegnern. Das wird dann ein bisschen schwieriger. Aber ich denke mir mal, wir kriegen das hin. Och, Kollege, warum stellst du dich auch, äh, mitten in den Weg? Wir sind sicher? Okay. Das ging jetzt aber ruckzuck. Ha, so. Soweit ich weiß, äh, gibt es vielleicht doch noch ein Geheimnisship. Oh, oh, oh. Guckt mal. Jede Menge Geld. Ansonsten, da kann man, glaube ich, nicht rein. Und wenn doch, dann werdet ihr es, äh, am Ende des Parts sehen. Definitiv. Warum Verstärkung? Wer braucht Verstärkung, wenn er mich haben kann? Ja, ich weiß. Äh, momentan, ähm... Ja, ich weiß nicht. Stellt euch vor, ich würde das jetzt auf Stahlmutter spielen und ich würde alles sammeln. Ich glaube, das wäre so chaotisch, das würde gar nicht funktionieren. Warum wurde denn gerade geschossen? Ich dachte, es sind alle eliminiert. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Naja, ist mir jetzt erstmal egal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier ein bisschen klarkommen. Wo ist der? Da vorne? Komm schon, triff die doch. Oh, Junge. Okay, Moment. So, jetzt seht ihr das mal aus dieser Situation oder aus dieser, ähm, Perspektive. So, hier sind jetzt wenigstens Geschichte. Da kann man auch nochmal hoch. Oder wie auch immer. Moment. Wenn man da hoch kann, muss da doch irgendetwas sein. Aber wie komme ich denn da hoch? Indem ich mich daran festhalte, ist irgendwie Schwachsinn. Oder konnte ich von da oben irgendwie dahin springen? Also, ich gehe jetzt mal nicht unbedingt davon aus. Ich frage mich sowieso, warum ich jetzt hier hingehen konnte. Ey, warum sind denn noch so viele Gegner über? Oh, habt ihr es gehört? Da hat einer ihn ziehen lassen. Mit dem Spiel. Nein, das war nicht der gute Horrorjumper. Alter. Oh, hier sind auch noch... Ah, hier gibt es nochmal ein Schild, Leute. Das müssen wir uns auf jeden Fall gönnen. So. Jetzt müsste eigentlich dieser eine Gegner kommen. Oder war das an einer gewissen anderen Stelle? Die Slap ist umfangreicher, als ich gedacht habe. Ich glaube, der Part wird ein klein bisschen Überlänge haben. Aber das ist kein Thema. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, es gibt hier nur zu viele Winkel und Ecken, wo man hingehen könnte. Ja, weg mit dir. Da gibt es auch noch ein paar Gegner. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Das interessiert mich am meisten. Oh nein, da ist der. Ja, sein Nahkampfangriff ist wirklich brandgefährlich. Ich muss erstmal gucken, wo ist der denn jetzt? Da vorne ist der. So. Ähm. Jetzt ist erstmal die Frage. Ich möchte ja erstmal hochgehen und ein paar Sachen sammeln, bevor ich ihn töte. Weil wenn ich ihn töte, Leute, ähm, dann können wir die anderen Sachen eventuell nicht mehr bekommen. Kann sein, dass die Mission dann beendet ist. Kann auch sein, dass er unsere Typen jetzt killt und dann ist die Mission so oder so beendet. Ähm, das Lustige ist, dass diese Roboter auch sprechen. Also, diese Hauptroboter, könnte man so sagen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo kommt man hier nochmal irgendwie hoch? Das ist jetzt ziemlich verwirrend. Mich fuckt das gerade auch ab, Leute. Ich würde am liebsten battlen, aber wenn wir das jetzt machen, dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Und das will ich jetzt nicht riskieren. Deswegen gucke ich mich erstmal um. So leid es mir auch tut. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt gerade in seine Richtung. Das ist gerade nicht so schlau. Der sucht mich auch gerade. Ihr merkt es auch, glaube ich. Alter, wie? Ich habe meine Position verraten? Ich bin dir hinterher gelaufen, ja? Krass, Leute. Habt ihr es gesehen? Wir müssen echt aufpassen. Ich glaube, der tötet gerade unsere Kollegen. Ey, wie kommt man denn da hoch? Da muss es doch noch irgendeinen Weg geben. Gibt es echt nur diesen einen Weg? Oh, wenn er schießt, ne, Leute? Das juckt mich schon. Ähm, ja. Ja, gegen zu wirken. Okay, da kann ich nichts machen. Da komme ich, glaube ich, nicht hoch. Äh, da ist unser Kollege. Er greift den Nahkampf an, Leute. Ich muss hier weg. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen da hoch. Da muss es doch irgendwo noch etwas geben. Alter, er greift uns nahkampfmäßig an. Das ist total übel. Leute, ich kann nichts. Ich kann nichts machen. Leute, ist das euer Ernst? Ich kann echt nichts machen. Boah, Leute. Das hat mich gerade übelst abgefuckt, ne? Ich konnte echt nichts machen. Ich war da am Hängen. Der hatte mich einfach. Und das nur, weil ich am Suchen bin. Weil ich spüre es. Hier gibt es noch irgendetwas. Nicht umsonst gibt es da dieses, äh, ja. Dieses Gerät, das man da irgendwie hoch, oder beziehungsweise, das man da entlang kann. Ja, nee, ist klar. Der schießt uns direkt ab. Ja, Leute. Ich muss es riskieren. Für den Notfall muss ich es dann reinschneiden. Sollte es wirklich irgendetwas geben, was ich wieder verpeilt habe. Okay. Dann komm her. Dann kriegst du das, was du verdienst. Ich meine, normalerweise zwei müssen reichen. Aber ich habe jetzt gerade nur eins. Ja. Das war es dann schon mit dem, ne? Ging ja eigentlich ruckzuck. Und mal gucken. Gut gemacht. Was hatten Sie erwartet? Bin gerade erst warm gelaufen. Für eine Feier mit Schmieröl satt ist es noch zu früh. Es gibt immer noch viel zu tun. Dieser Mehl-Dreckskerl Flachs ist entkommen. Wenn er Rostflug verrät, wo Droidenheim liegt, stetten wir bis zu den Dichtungsringen in der Kacke. Unser Geheimdienst meldet, dass unser Schrottplatz-Mehlkumpel wahrscheinlich zum Mehlkraterlager auf der anderen Seite der Dipperklamm in der Einöde unterwegs ist. Du musst ihn aufhalten, Junge. Ich habe eben ein erobertes Bildfahrzeug repariert. Einen SEP. Schneller Einsatzpanzerwagen. Er bringt uns ratzfatz zur Anlage. Sauber, Opa. Du, Junior und der Köter, steigt in den SEP und haltet den verdammten Grundze auf. Wenn ihr das Lager erreicht, gebe ich weitere Befehle durch. Bewegung. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe so ein ungutes Gefühl, Leute. Ey, ist... Ich wusste es. Okay, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Ähm, ich gehe jetzt nochmal und wähle es aus. Ey. Ich wette mit euch, das war da oben. Aber wie kam man da hin? Ich glaube, ich hätte direkt von da oben aus irgendwie runterspringen müssen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ey. Das ärgert mich. Ich möchte das direkt an einem Stück schaffen, Leute. Und nicht immer wieder zusammenschneiden. Ja, ich weiß. Der Horrorjumper ist ein bisschen... ein bisschen faul. Ja, wir wollen nochmal spielen. Ja, ich weiß. Meine Bestzeit war jetzt nicht die beste. Es hätte schneller gehen können. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, Leute. Ich habe ihn endlich gefunden. Nach langer, langer Zeit. Ich brauchte wirklich eine knappe Stunde. Und ja. Er ist tatsächlich hier im letzten Bereich. Und ich war schon ganz, ganz knapp dran. Definitiv. Also, ich finde das schade, dass man hier nicht irgendwie so einen Sound hört. Wie bei Metroid. Dass man weiß, ah, da ist irgendwo was versteckt. Das ist schon ein bisschen hardcore. Definitiv. Ihr werdet auch sehen, warum. Und es gibt auch einen Glitch, dass man das verkacken kann. Dann nimmt er den nämlich nicht. Ich versuch's jetzt mal. Komm schon. Da. Habt ihr gesehen? Da. Da ist der Geheimnisschip. Ohne Witz, Leute. Wer kommt auf sowas? Also, was heißt, wer kommt auf sowas? Das ist schon eine ganz coole Sache. Das hätte ich auch gerne ausprobiert. Das wäre auch die letzte Möglichkeit fast gewesen, die ich ausprobiert hätte. Aber ich habe daran schon gar nicht mehr geglaubt. Und habe dann direkt gegoogelt, weil das war mir einfach zu krass. Und deswegen, ähm, ja. Ja, würde ich sagen, ähm, ich besiege den jetzt hier nochmal ganz kurz. Ihr könnt euch das jetzt kurz angucken. Und wenn ich jetzt nicht sterbe... Ey, ist das euer Ernst? Naja, Leute. Ihr wisst jetzt wenigstens, wo der Geheimnisschip ist. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Also dann, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann, haut rein und schalt wieder ein, wenn es wieder heißt. Glitch time. Bye. existed Secret skype.